Ich finde das Bundesamt für Wohnungswesen ein spannendes Amt. Wohnen betrifft uns alle. Gleichzeitig ist Wohnen für mich ein Querschnittsthema, das mit ganz vielen anderen Fragen in Verbindung steht, mit Raumplanung, mit Verkehr, mit Wirtschaftsentwicklung, mit demografischer Entwicklung. Und das möchte ich sehr gerne weiterentwickeln helfen. In den nächsten Jahren sind die grossen Herausforderungen, dass die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt sehr unterschiedlich läuft. An gewissen Orten wird eher zu viel gebaut. An anderen ist die Nachfrage immer noch grösser als das, was gebaut wird. Und gleichzeitig gibt es verschiedene Themen, die sehr wichtig sind. Die Digitalisierung, die Klimapolitik und auch der demografische Wandel, mit dem das immer ein grösserer Teil der Bevölkerung älter wird.